Gehört habe, hat seine Freundin ihn verlassen und deswegen hat er sich umgebracht und Hallo, 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 weiter geht es mit Shakes and Fidget, willkommen dazu, ich bin der Lars und nachdem ich einfach mal in den letzten Tagen lief mein Tag immer so ab, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen und manchmal, wenn ich ganz viel Zeit hatte, konnte ich sogar noch arbeiten. Oh mein Gott Leute, was zur Zeit los ist auf Arbeit, ich hab da keinen Bock mehr drauf, wenn ich ehrlich bin. Kranke Scheiße und dann, ja, ist mal viel los, denken sich mal drei Leute, also ich melde mich mal krank und, boah, lieber zu Hause mit meinen Finger in der Nähe rum, das ist viel toller, oh Gott, das wird, ey, konnte die Leute alle sofort, ich weiß auch nicht, also, was haltet ihr von so so ein Scheiß, wenn man, wenn viel auf Arbeit los ist, dass sie sich dann krank melden, das ist ja wohl der größte Müll. Ich will jetzt keinen unterschlagen, dass er irgendwie echt krank ist, aber ich glaube, komm, dass auch mal drei Leute krank sind, nur weil auf einmal viel los ist, das ist die größte, beschissenste Scheiße, die ich je in meinem Leben gesehen habe und das weiß ich nicht, das ist unterste Schublade, wenn viel los ist, die anderen noch einfach mal, sag ich mal, im Stich lassen, ich könnte jetzt auch voll der Asi sein und einfach mich krank melden für Freitag, aber ich mach es nicht. Warum? Weil ich Eier in der Hose habe. So, Server 22 starten wir und bitte, oh mein Gott, was ist denn hier schon wieder los? Warum gewinne ich alles? Die erste Seite, komplett alles angegriffen, hier alles gewonnen, das gibt's ja gar nicht, was ist denn hier los? Was ist denn hier los, meine jungen Damen und Herren 290? Gar kein Problem für mich. Ich habe dich wohl instant vernichtet, mein junger Freund. So, besiegt, jetzt bin ich Rang 12. So viele vernichtet und trotzdem nur Rang 12, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Okay, ich habe gestern sogar noch die Alu geschafft, teils, ja teils, äh, ich musste sogar noch ein bisschen Happy Hour spielen, weil ich sonst nicht Geschäft, äh, Geschäft, und weil ich nicht sonst ein Geschäft hätte, weil ich sonst nicht geschafft hätte, Happy Hour gespielt, obwohl ich, äh, ich hab, Leute, ich hab Happy Hour gespielt und bin dann wieder um 2 Uhr morgens aufgestanden, oder 2 Uhr nachts, Entschuldigung, 2 Uhr nachts wieder aufgestanden. Äh, was soll man davon halten? Oh, 1077, was für eine Scheißspanne, durch den Schaden, das ist ja in Ordnung, aber das brauche ich nicht. Wir haben jetzt was ins Klo geschmissen, natürlich, das können wir erstmal behalten, das haben wir auch noch nicht das Epic am Start, scheißegal, hier ist ein Trank kaufbar, nehmen wir mit. Ist mir alles scheißegal, wisst ihr? Wisst ihr das? Ist mir egal. Oh Mann, ey, zurück ist morgen Freitag, oh, das wird einfach nur gottgleich. Die Seite, die ich erstellen wollte für den, für die Livestream-Challenge, habe ich noch nicht geschafft. Ich hoffe mal, ich schaffe das heute. Und wenn ich es heute schaffe, wird es dann in dem morgegenden Video auftauchen, ganz einfach. Und dann könnt ihr euch quasi ab 15 Uhr dann anmelden und um 20 Uhr legen wir dann los mit der Challenge. Ich weiß, das ist jetzt scheiße, weil normalerweise wäre es halt heute oder hätte ich schon gestern das Ganze machen müssen, aber ich habe es nicht geschafft, weil ich einfach, wie gesagt, ich bin nicht dazu gekommen. Keine Zeit, wenn man halt immer so schön arbeitet und das ist alles scheiße. Das ist alles doch ziemlich... Na, nice. Sehr gut, zum Glück habe ich so viel South Park schon aufgenommen. Übrigens, danke schon als ganzes Feedback von South Park und allgemein an das Feedback. Leute, mein Kanal ging es noch nie, noch nie in der ganz kompletten Karriere, die ich bei YouTube habe. Mein Kanal ging es noch nie so gut wie jetzt. Das ist einfach nur unnormal. Die Views, die Aufrufe, allein die Abonnenten, die dazu kommen, ich weiß gar nicht, wo die ganzen Abonnenten herkommen. Allö, es gibt so viele neue, wenn ihr gerade dabei seid, ich begrüße euch und ich wünsche euch natürlich viel Spaß auf meinem Kanal. Und ich hoffe mal, dass ihr öfters dabei sein werdet, weil es einfach unnormal gerade, wie viele neue Leute da sind, was ich so richtig klasse finde. Er wächst bis zum geht nicht mehr. Natürlich sagt man, wenn ein großer Kanal etwas größer ist, dann wächst er immer schneller. Ich bin ja nicht groß, ich sag mal, ich bin ja nicht mehr Mittelmaß oder heutzutage bei den ganzen Abonnenten. Früher war es so, wo ich angefangen habe vor fünf Jahren mit YouTube und meinem Tutorial-Kanal, da waren 10.000 Abonnenten richtig viel. Die meisten hatten gerade mal so 20.000, die Besten halt. Und jetzt haben die Besten über eine Million, beziehungsweise 500.000, 600.000. Und 100.000 ist nochmal der Standard für Leute, sag ich mal, die etwas geschaut werden. 100.000 ist gut, 100.000 ist gut und 500.000 ist sehr gut. Und was ich habe, nicht mehr 10.000 ist normalerweise in Schulnoten gerechnet noch eine 4 oder 5. Ja, würde ich mal sagen. Denn, wie gesagt, so viele Abonnenten zurzeit, das ist richtig krass und Dankeschön. Ich hoffe, der Wachstum geht so weiter und irgendwann werden wir alle überholen. Wer weiß es denn schon. Ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt wird von den Views und von den Abonnenten. Es war noch nie so krass. Ich bedanke mich. Vielleicht liegt es auch an den Sausback, ich weiß es nicht, aber richtig krass. Ich habe früher viel mehr Videos rausgehauen und hatte weniger Views und jetzt haue ich pro Tag höchstens zwei raus. Zurzeit immer zwei und habe damit so viele Views. Richtig krasse Scheiße. Dankeschön. Ihr seid die Besten. Das wollte ich nochmal sagen. Das sagt es vielleicht öfter. Vielleicht komme ich hier so rüber wie so eine Schwule, wie so eine Schwule Schmuggeler. Aber es muss einfach gesagt werden, es ist einfach so. Zurzeit ist der Wachstum richtig krass, obwohl ich voll fertig bin. Also ich bin jetzt schon wieder komplett zerstört von der Arbeit. Ich habe ein paar Stündchen geschlafen, habe dann wieder mal 11, 10 Stunden gearbeitet. Dann hast du keinen Bock mehr. Dann hast du einfach keinen Bock mehr. Was ich jetzt hier noch aufnehme, das ist natürlich jetzt hier mal wieder, das ist auf jeden Fall ein Daumen nach oben wird, oder nicht? Bei 100 Daumen nach oben würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ganz viele Likes fordern, wenn man so geil ist. Oh mein Gott. Eigentlich mag ich sowas nicht, aber ich muss das machen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwas jetzt gesagt. Egal. So, wir skillen jetzt einfach mal. Und wir skillen... Oh, es gilt Ausdauer. Oder Ausdauer. Es gilt auch Ausdauer. Wie wäre es mit Glück? Wir haben ja nur 50%. Haha. Mehr kann man ja nicht haben. Im Dungeon. Da haben wir den Jan. Und die meisten sagen, der Jan, der ist ziemlich stark. Denn Jan ist ein krasser Boy. Ich überlege gerade. Hatte ich schon mal einen Jan in meiner Klasse? Beziehungsweise kenne ich einen Jan? Ich kenne gar keinen Jan. Ne. Eigentlich ist doch Jan ein Name, den es tausendmal gibt, oder nicht? Aber ich kenne keinen Jan. Parallelklassen, da gab es mal einen Jan. Aber mir fällt jetzt der Nachname auch nicht ein. Und von dem Aussehen auch nicht. Ich kenne keinen Jan. What the fuck? Ihr kennt bestimmt einen Jan. Wenn ja, schreibt es euch in die Kommentare. Haha. Dass ihr einen Jan kennt, das ist natürlich eine Glanzleistung für euch. Aber ich kenne keinen Jan. Jan. Ich kenne Jannik. Das zählt aber nicht. Jannik zählt nicht. Einen Jan, der nur Jan heißt. Nur kenne ich nicht. Jo. Das ist dieser Interessante. Der kleine Lars, der kennt keinen Jan. Der ist nicht drin. Und im... Ich wollte gerade sagen, im Klo. Da ist der Bär drin. Ein Klo. Ein Klo mit einem Bär. Der Bär wurde vom Klo runtergespült. Haha. Aufgefressen. Weggenascht. Schokobär. Aber den schaffen wir, glaube ich, auch nicht. Den holen ich Roy Bär. Ein genialer Name. I love it. Den schaffen wir auch nicht. Deswegen gehen wir gleich weiter auf den nächsten Server. Das wäre hier Suba 23. Suba 23. Da gibt es einen Schleibblop. Ich weiß auch nicht mal, was für ein Eventabbruch nennt ist. Da hat übrigens der Efka... Ich werde es vielleicht... Wenn ich daran denke, werde ich das Ganze verlinken. Und zwar in der wunderbaren Videobeschreibung. Denn der Efka... Hallo Efka. Wenn du mal in die Videos schaust, ich grüße dich. Ich weiß, dass das Hotpack von mir schaut. Das finde ich cool von ihm. Ich nehme mal die lange Quest dafür, dass ich hier vernünftig klicken kann. Beziehungsweise vernünftig viel Zeit habe. Der Efka, der hat mal wieder einen Kalender gemacht von den ganzen Events. Was ich ziemlich cool finde. Kann ich jedem nur empfehlen, der immer so doof ist, wie ich und nicht die Events mitbekommt. Oder so wie ich keinen Zugriff auf das Forum hat. Auch krass gesagt, oder nicht? Ich schmeiß mal das Epic rein. Wisst ihr was? Ich ballere das einfach ein. 875. Sehr geil. Wir können ja bald wieder spülen. Das ist ja sehr interessant. Also der hat einen Eventkalender wieder gemacht. Hat letztes Jahr schon gemacht. Dann war er ein bisschen inaktiv. Jetzt ist er schon mal wieder da. Hallo, Efka. Wir können mal wieder zusammen aufnehmen. Ich habe mit Efka übrigens vier Leute, die nicht wissen, wer der Efka ist. Oh, ein geiles Update. Ein geniales Update. Bumm. Mit dem Efka habe ich den Part 199 gemacht, wo ich auch besoffen war. Könnt ihr mal reinschauen. Das hat sehr viele Klicks und war auch sehr lustig. 199 kann ich jedem empfehlen, der diesen wunderbaren Part noch nicht gesehen hat. Und da war der... Oh, der Trank des ewigen Lebens ausgelaufen. Der Trank des ewigen Lebens ist ausgelaufen. Leute. Ich koche mal alle Tränke raus. Vielleicht bekomme ich einen. Ein Trank des ewigen Lebens für den Lars. Das wäre ja so toll. 299 Pilze hat der Lars. So viele Glückstränge. Ich brauche sie doch nicht. Was soll ich denn mit einem Glückstrang? Glückstrang wäre eh unsinnig. Wir haben 50% Krit. Wir können nicht mehr haben. Den Ausdauertrank nehmen wir auch gerne mit. Bumm. Nein. 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 Aber ganz viele Intelligenz-Track. Also, wie gesagt, Part 199 anschauen. Wenn ihr EFGA nicht kennt, da ist er drin. Und der hat, wie gesagt, wieder so einen Adventskalender, Eventkalender gemacht. Und dort sind alle Events drin. Könnt ihr mal nachschauen, welche Woche quasi das Event ist. Sehr interessant. Natürlich muss das Ganze auch... Ist die normale Reihenfolge, wie Player Games es normalerweise macht, wenn sie sich gerade mal wieder Bock haben und irgendwas anderes reinschieben. Ich sage nicht, dass sie damit Geld verdienen wollten. Nein, Player Games, bevor wieder eine Anzeige rauskommt. Schaut nach. Sehr interessant. Wenn ich daran denke, ist der Link in der wunderbaren Videobeschreibung. Einfach mal vorbeischauen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne einen Gruß von mir da lassen. Schreibt einfach Gruß von dem Lars oder Gruß von dem Zuschauer-LP, wie auch immer. Und gebt dem Video einen wunderbaren Daumen nach oben. Denn das ist auf jeden Fall coole Arbeit. Obwohl es nicht ganz so viel Arbeit ist. Aber es ist Arbeit. Und danke, EFGA, dass du dies gemacht hast. Damit hilfst du uns auf jeden Fall. Ich hatte sogar schon mal im Sinn, dass ich das Ganze selber mache. Aber da kam der EFGA mir da irgendwie vor. Und ich habe eh gerade keine Zeit, von daher wunderbar, EFGA. Wo ist denn jetzt hier ein Trank des ewigen Lebens? Wollen die mich hier gerade total verarschen? Da ist er doch. Ja, wohl noch für Pilze. Dankeschön, Spiel. Dankeschön, Spiel. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. In der Post schreibt jemand YOLO. Wunderbar. Der Monkey D. Ruffy scheinbar. Hi Lars, du bist voll nice. Deine Videos sind sowieso... Achso, deine Videos sowieso. Alles klar. Du kannst... Kannst du meinen Schabeln werden, MFG Monkey? Ich habe voll wenig Zeit, Mann. Das Video muss gleich oben sein. Es tut mir leid. Ich würde auch gerne... Upsala. Deswegen gibt es wahrscheinlich heute auch keine Bilder geben. Bitte schlagt mich nicht. Bitte, 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 bitte. Es tut mir leid, aber das Video muss online sein. Gleich in einer Stunde oder so. Ich muss noch Rennen hochladen. Das Rennen dauert voll lange. Und das Hochladen... Ja gut, nicht so lange. Aber... Oh, da muss es noch... Das Problem ist auch immer, dass die Videos in Full HD so lange verarbeitet werden müssen. Sie werden... Also mindestens 20 bis... Also ich würde mal sagen... Wenn es schnell geht, 20 Minuten. Wenn es lange dauert, dauert es eine halbe Stunde von YouTube, bis es verarbeitet ist. In Full HD, beziehungsweise allgemein in HD. Deswegen muss ich halt immer so frühzeitig hochladen. Normalerweise einen Tag vorher habe ich diesmal nicht geschafft. Es tut mir leid. Und deswegen wird es heute keine Bilder geben. Hatten wir gestern Bilder? Ich glaube auch nicht. Oh, dann muss ich das fertig machen. Dafür gibt es dann morgen ganz, ganz viele. Aber ich werde bestimmt heute gar nicht mehr dazu kommen. Oder vielleicht schaffe ich das noch. Das ist ja geil. Wenn ich heute dazu komme noch, das Video für morgen aufzunehmen, dann hätte ich viel, viel, viel mehr Zeit. Oh, das wäre ziemlich genial. Mal gucken. Gucken wir doch mal. Immer dieser Zeitdruck. Immer diese Arbeit. Ist doch alles blöd. Der Lars ist trotzdem dabei. So, da gucken wir doch mal. Ich glaube, der junge Herr namens... Hier, beziehungsweise der im 13. Mach mal rechte Maustaste. Ist immer doof. Der ist drin. Den hatten wir fast down. Das ist der Hannes. Ich kenne Hannes. Obwohl, ich kannte einen Hannes. Aber das war der, der Selbstmord begangen hat. Das war einer. Hat nämlich aus meiner Fröhnenklasse jemand Selbstmord begangen. Der wollte nämlich... Jetzt erzähle ich jetzt nicht die Geschichte. Also das ist natürlich... Das muss ich nicht wissen. Ist schon krass, ne? Wenn sich Leute aus deiner eigenen Klasse... Na gut, ich bin jetzt seit 2005 irgendwie raus. Aus der Schule. Also aus der offiziellen Schule. War dann noch in der Teilsberufsschule und so weiter. 2005 ist schon lange schon her. Und der hat sich halt, ne? Umgebracht. Selbstmord. Auf eine sehr, sehr doofe Art. Kann man es doof nennen. Ich weiß nicht, weil... Ich finde es ja okay. Ich sag mal... Wenn man Selbstmord begeht, dann ist irgendwas passiert. Ist alles okay. Und wir wollen jetzt nicht über Selbstmord reden. Ich bin halt gegen Selbstmord. Weil mir würde es auch gar nicht in den Sinn kommen, Selbstmord zu begehen. So war schlimm, ist es mir noch nie passiert. Und ich glaube, wenn irgendwas passieren würde... Würden meine Eltern sterben. Meine Freundin, meine Frau, meine Kinder und so weiter. Ob ich dann trotzdem in der Lage wäre, mich selber umzubringen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, würde es mir in den Sinn überhaupt kommen. Das kann ich auch gar nicht sagen. Der Hannes kommt. Der will nicht. Der will nicht, der Hannes. Aber dann soll man sich halt... Wenn man die Entscheidung getroffen hat, die halt meiner Meinung nach ein bisschen blöd ist. Aber ich kann es, wie gesagt, nicht einschätzen. Weil ich war nie in so einer Situation. Deswegen muss man das Ganze hier ein bisschen in Ordnung. Beziehungsweise ein bisschen sachlich angehen. Deswegen sprechen wir auch nicht darüber, ob man das begehen sollte oder nicht. Aber wenn man das macht, dann sollte man nicht einen anderen mit da reinziehen. Denn der junge Herr hat das Ganze gemacht. Oh, oh, das nehmen wir doch. Oh, die hat Schuhe. Oh, der war auch. Oh, kein Platz mehr. Der hat... Der wollte, soweit ich weiß... Nein, es war halt so. Er wollte, glaube ich, vom Zug springen. Ja, vom Zug springen. Und es war halt sehr früh am Morgen und er ist ja nicht vom Zug gesprungen, weil der Zug nicht kam um diese Uhrzeit. Da hat er sich überlegt, hm, wie mache ich das denn nun? Dann ist er irgendwie über 20 oder 15 Kilometer zu Fuß gegangen und hat sich dann... Wir haben bei uns in der Stadt, wenn man da rausfährt, kommt so eine Kraftfahrstraße. Die Kollegen aus Österreich kennen das nicht. Das ist eine Kraftfahrstraße und auf einer Kraftfahrstraße darf man so viel fahren, wie man möchte. Das bedeutet, ich kann dann mit 280, 300, 500... Ich kann dann mit einem Düsenjet durchfliegen oder rüberfahren, ist eigentlich egal. Oder mit einem, keine Ahnung, mit einem Formel-1-Wagen. Das darf man alles... Es gibt keine Begrenzung. Man darf so schnell fahren, wie man möchte. Das geht in Deutschland, ja, meine ausländischen Freunde. Und der Zug war nicht da. Er ist also dahin gegangen, 15 Kilometer ungefähr. Oder gut, nicht 15, sondern 10 Kilometer zu Fuß, mitten in der Nacht. Und hat sich dann... Ich glaube, das war auf dem Samstagmorgen, Samstagnacht. Hat sich da dann hingesetzt, in der Nacht. Und hat gewartet, bis sein Auto kommt. Und dieses Auto hat ihn dann ja mitgenommen. Und er war ja tot. Ist ja logisch. Dann kommt so... Durchschnittlich fahren die da alle so 180... Also nicht 180, sondern 100, 120, so in den Dreh fahren die da meistens. Ich möchte verschleller mit meinem GTI, aber das ist was anderes. Und dann wurde er angefahren und ist natürlich gestorben. Und das Krasse daran ist, wer da gefahren ist, beziehungsweise sie ist eine Fahrerin, beziehungsweise eine junge, sehr junge Dame. Ich glaube, sie war 18, 19 oder 20. War gerade auf dem Weg zum Spät... oder zum Frühdienst. Oder Spätdienst, ich weiß noch mal, keine Ahnung. Im Krankenhaus als... Ich glaube, sogar nach Ausbildung. Ich kann es gar nicht sagen. Zur Krankenschwester. War gerade auf dem Weg dahin. Und sie hat jetzt diesen Jungen umgebracht. Eine, sagen wir mal, 19-Jährige bringt einen, der war höchstens 21, 22-Jährigen, um. Er ist tot. Ihnen ist das ja egal. Er ist weg vom Fenster. Aber sie muss damit leben. Ihr ganzes Leben. Und das jemandem zuzumuten, ist schon ziemlich krass. Natürlich, wenn man jetzt verzweifelt war, wie er und eh selbst mal beginnen wollte. Ich meine, er wollte von Zug springen und da kam kein Zug. Ironie des Schicksals. Aber trotzdem... Das ist schon krass. Das ist schon eine harte Kiste, sowas. Also, da muss man sich das auf jeden Fall überlegen. Natürlich kann man in dem Moment da nicht dran denken. Aber für die Dame ist das eine richtig beschissene Scheiße. Ob sie jetzt damit vernünftig leben kann, ich weiß nicht. Vielleicht muss sie jetzt in Therapie... Äh, Therapie. Therapie und so weiter gehen und kommt damit gar nicht klar. Es gibt ja welche, die kommen damit gar nicht klar. Und dann war es das einfach. Denn dann, weißt du, dann ist es fürs ganze Leben einfach nur, ne? Und das ist auch nicht Sinn der Sache, oder? Das ist ja... Erstens, sich umbringen ist schon mal scheiße. Und zweitens, dann noch jemand anderen damit reinziehen ist noch beschissener. Sie konnte ja nichts dafür. Ich weiß gar nicht, ob was passiert ist. Ich glaube, ich kann es, wie gesagt, alles... Ich kannte ihn nicht mehr persönlich. Ich kann es nur... Ich weiß nur, dass ich... Wo ich 10 oder 11 war, war ich auf seinen Kindergeburtstag. So ist es nicht. Ich habe mit ihm sogar Diablo 2 gespielt. Das war auch... In seinem Clan war ich drin. Aber... Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. So wie ich gehört habe, ist... Hat seine Freundin ihn verlassen. Und deswegen hat er sich umgebracht und... Naja. Muss man halt selber wissen. Aber trotzdem, das ist... 105 ist... Ist nicht so gut. Das ist schon... Oh! Wo kommt der von Epik? Oh, hallo... Hallo, schön Epik. Willkommen im Club der Epiks. Das gibt es ja gar nicht. Einfach so ein Epik vorbei. Das gibt es ja gar nicht. Wieder zum etwas schöneres Thema. Und zwar zum Blättern. 78. Hier brauchen wir nicht. Und, ähm... Ja. So war das halt, ne? So war das eben. Und so ist es passiert. Wie lange hält das hier noch? Bis zum 15. Drittin. 18. Drittin. 14. Drittin. Das ist morgen. Kaufen wir den Tragen. Wir haben eh genug Gold. Wir haben genug Gold. Wir müssen bald wieder hier... Ein paar Pilze aufladen. Haben nicht mehr viele. Deswegen müssen wir ein bisschen uns hier beeilen. 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 Intelligenz brauchen wir auch nicht. Nein. 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 Brauchen wir alles nicht. Wie wäre es denn mit einem Stärketrack? Die nehmen wir doch noch einen. Jawohl. Die nehmen wir die ganzen Stärketrack. Haben wir so dicke Sitz. Ja. Der Lars, der hat 273... Was? 200... Ich lese gerade 273 Stärkung. Da steht auch nur 273 Gold. Aber ein schönes, kleines, funnest Update. Obwohl es schon etwas Großes ist. Dann schmeißen wir das... Das... Und das dahin. 71. Eigentlich muss er das auch anziehen. Boom. Ach, das kann weg. Die behalte ich erstmal. Nicht, dass ich jetzt wieder zu wenig Werte habe. Was immer blöd ist beim Krieger. Man braucht halt bestimmte Werte ziemlich hoch. Und man muss sie haben, um was zu legen. Nicht so wie ein anderer Kollege. Irgendwas noch? Nee. Dann gucken wir doch mal. Wir skillen mal eben. Und zwar haben wir hier Glück. 249. 329. Oh, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Glock... Äh, Glock. Wir müssen ein bisschen Glock skillen. Ein bisschen Glück skillen. Mindestens auf 300 hochskillen. Ja, so 300 wäre sehr interessant. Wir haben echt wenig. Wenig Krill. Das ist so blöd. Der Lars braucht mehr. Gehen wir mal auf 18%. 18% sollten reichen. Jawohl. Alles den Glück skillet. Sehr schön. Der Rest sind Nebenattribute. Taverne blinkt. Sehr schön. Bekommt wieder Money in the Hood. Arena Kampf gegen... Mein Knorki. Oder mein... Knockri. Hallo mein Knockri. Ich hab dich besiegt. Sammelalbum ist zur Zeit hier bei... 55% in der Gilde. Ist das Wunderbärchen. Haben Raid 21,55 hier geschafft. Sehr schön. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr dickes... Nice. Dankeschön, dass ihr alle so fleißig mitmacht. Wenn ihr auch mit mir selber einspielen wollt... Denken der Bestreiber einfach drüber anmelden. Gibt es einen Minibonus für mich. Ja, Minibonus der Lasi-Lasi-Maus-Wunderbärchen. Wir schauen nochmal hier. Wir können jetzt einiges auf jeden Fall Richtung Hölle schicken. Fangen wir an mit dieser wunderbaren Kollegin. Und zwar dieser wunderbare Kollege. Sollte jetzt normalerweise... Sollte normalerweise... Ich habe gesagt, sollte normal... Hallöchen. Sollte... Diese verdammten Kundisäcke, ne? Ich hasse sie. Also... Wo fällt denn der jetzt nicht? Ich check's nicht. Ich glaube, ich bin zu blöd für den Krieger. So, jetzt gucken wir nochmal. Wird jetzt zu wenig Ausdauer wieder? Oh, danke schön. Na, endlich. Aber trotzdem so viele Trys. Mit einem Magier oder mit einem anderen Kollegen wäre das Ding einfach instant gefallen. Na ja. Dann kommt der... Dimmon. Dimmon. Kommt der Dimmondim. 52er. Haben wir jetzt echt wieder zu wenig Ausdauer. Willst du mir denn die... So, dann ziehen wir halt die Epics wieder an. So. Das kann es ja wohl nicht geben hier. Was ist denn hier los? Block doch diesen Sheet weg. Block it weg. Dankeschön. Wunderbar. Nächster Down. Der Schattenallig... Schattenalligator. Allialligator. Ich verspreche mir hier gerade eben zu viel. Entschuldigung. Schlafmangel. Da verspricht man sich immer. Das ist nämlich blöd. Der hat Schlafmangel. Denn Allialligator. Allialli. Allialli. Was hat denn der für Werte hier? Gar nicht drauf geachtet. 1, 2 ist ein Stärkegegner. Also, ich bitte dich. Dann können wir wieder die anderen Sachen anziehen. Die Stärkesachen. Bum. Bum. Stärkegegner. Stärkegegner. Der sollte doch normalerweise noch drin sein. Dann bin ich glücklich. Wenn der noch fällt. Dann bin ich sehr glücklich. Aber er möchte nicht. Er möchte nicht. Okay. Dann fällt er eben nicht. Dann würde ich mal sagen. Sind wir am Ende von diesem wunderbaren Part. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Wird mich freuen, wenn ihr dieses Video bewertet. Kommentiert und weiterleitet. Ich würde versuchen jetzt die Seite fertig zu machen für den Livestream. Und dann wird es bald wieder ganz viele Bilder geben. Dann wird also morgen den nächsten paar ganz viele Bilder versprochen. Und morgen ist Livestream ab 20 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dabei. Würde mich freuen mit einer Livestream Challenge, wo man auch eine wunderbare 10 Euro PS Team gewinnen kann. Wie gesagt. Ich lese alle Kommentare. Ich würde mich über deinen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Denn ihr seid alle ziemlich nice. Tschüss. Tschüss. Tschüss.